heute entspannen abend fußball genau entspannen patrick ja mit phil und patrick geht's ab ich habe was gut zu machen er das letzte spiel geguckt hat ich habe was gut zu machen ich habe jetzt die chance dass ich mich im prinzip nur peinlich machen kann oder ich gehe unter heißt ich spiel beiland und ich stelle der netz da drin oder war also ich mit in weiß und in schwarz-rot abwartet der terrier ist wieder da wer kennt es doch aus den anderen spielen er läuft einfach mal wie sie will magnetos oder was ich habe mir das letzte mal da kommt die ecke schöner befreiungsschlag auch wenn auch schon kommt schon wer geht jetzt sind oder ist gecheckt und der einzige stürmer ist olivier die startaufstellung von stadt rennen ja elfmeter und rote karte nein spaß ja es gibt es besser ja 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 er ist jetzt am alter ist das schnell mitte nicht scare hat getroffen Wiener Max Wiener Max Hast du Spekulatius betrieben, dass ich es mit dem Macher Ja, ich habe darüber Witzig ist, darüber habe ich auch gedacht Ja, genau Und die Balleroberung, wichtig Und Rüffel, kennt ihr ihn auch noch? Oh shit Oh Wuhu Er steht gut und holt sich den Ball Oh, das war zocker Oh Gott, was macht er denn? Steht doch hier her, die Junge Alter Ekelhaft Ekelhaft, Alter Das ist doch scheiße, ey Was ist das denn? Alter Einfach mal, ja, ausrüstern einfach Ich habe keinen Bock, immer ausrüst Wie schwer das ist hier mit dieser Gurken vorzuschießen Geschweige denn Ein paar nöpfigen Kass zu spielen Mann Klasse Balleroberung Das war natürlich ein toller Zweikampf Das war ein Zweikampf, er stand im Weg Gibt's jetzt die Gelegenheit Steilpass kommt gut Der Ball war nicht ungefährlich, aber abgefangen Ähm Jetzt kommt die Flanke Jetzt können sie den Ball rausbringen Ja, übermut, ne? Zu selten gut, mein Freund Ja, aber Äh, äh Ja, das Ding geht ein gutes Gutes Sie rücken schön nach, bieten sich an Paul? Ja Paul Milan, Freistoß Das war nicht gut Oh Gott, Schoko Eweze Immer noch diese Szene Der Pass in den freien Raum Gut gemacht Ist der Gefahr Ja, was sollst du da gegen Raphael Lau machen, Alter Früher war es Ronaldo Heute ist er das Er ist schon ganz gut Sie bauen den Angriff auf Äh Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust Da waren sie unaufmerksam Das kann was werden Sie müssen weiter aufpassen Und er behält hier die Übersicht und macht das Tor Das sah so gut aus, ne? 3-1 meistens also jetzt Jetzt habe ich mir das Spiel auch gedacht Nach vier Minuten Ey, könnte ja was werden Brauch hier mal ein Anspiel, Jungs Aber mach nicht Die Hereingabe jetzt ins Zentrum Kommt ja auch nur 89er, ne? Und damit war es das erstmal da hinten Ah ja Willst du von da mit ihm durchgehen, ja? Deo Hernandez Und Giroud Guter Pass jetzt Olivier Giroud Das war wichtig Das hat Arnebal Mann! Wer bin ich? Warum war ich der? Weil er den Ball hat, ich weiß, aber Aha Mann! Auch so Oh, das ist auch so Und jetzt gibt's hier den Freistoß für Milan Hurra! Frustfoul hier Samuel Schupuise Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist Sie holen sich den Ball Und zwar durch dieses frühe Pressing Der ist nicht! Ach, Mondan, da hab ich! Die Franzosen unter sich natürlich Mit den kannst du auch von da schießen, ne? Sehr gut geblockt von Abwehrspieler Das wäre gefährlich Ich habe nicht gesagt, dass ich freie Schussfläche brauche Nachspielzeit eine Minute Kommt hier auch noch jemand Oder habt ihr heute keinen Bock? Gefährlich! Das ist die Chance jetzt! Gehalten! Ich glaube, durch das halten Oh, das war abseits Aber, ähm Wird auch schwierig, aber abgeführt Ja, also Schwierig Schwierig Aber, äh Es wird besser Ja Nein Der ist so langsam, Alter So, jetzt kommt blass Er ist blass geblieben Jetzt wird es die Auswechslung geben Die Ecke kommt Da war Theo in der Luft, muss ich nicht Der hat sie Mailand mit dem Ball gewinnen Schwache Aktion, keine Frage Hallo Alter Raphael Eau Ja, vielleicht kommt jetzt was Und die Chance ist vorbei Aber ich fand es geil Wie engagiert Maudala Trotzdem rausgekommen ist Dann halt nicht schießen Kein Jetzt die Hereingabe Situation erst mal geklärt Nehm Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst Muss er Das muss er Sie haben jetzt Platz auf außen Ne, mein Herr Matic Soll ich auch sagen Das Erfrischungsgetränk Das was? Das Erfrischungsgetränk Ja Achso Entschuldigung Leute Aber Und dann ist da noch irgendeiner dazwischen Und weil er Alter Der Erd aber Schwarzer Lachen unter den Arm Was ist hier denn hier? Erstmal geklärt Da kommt der Pass Aber abgefangen Gut gemacht Machen wir das? Ähm Tor, Digga Blass, Digga Er ist blass Aber nicht blass geblieben, Alter Ja, Tor Feiern Ich schaue nochmal auf die Wiederholung Ja, das ist ein perfekt getimeter Ball Da gibt es nichts mehr zu halten Wir reden mit dem wichtigen Anschlusstreffer Rückstand und noch ein Tor Jetzt werden sie alles dransetzen Dieses Momentum auszunutzen Weiter geht's Martin Terrier Mit viel Auge holen sie sich da den Ball Klasse Raphael Leao Kann was werden Oh Vanini Sammelheft, Digga Ich sass hier Was? Ja Und Teo, die packen Gas jetzt Glanzparade von Mignon Ja Oh Den Ball hält er Klasse Alter War gar nicht einfach Der Kopfball war gut Und jetzt ist der Ball geklärt Ja, danke Naja Sein Ernst? Oh, der ist dein Ernst, oder was? Dieser Pass bildet sein Ziel nicht Auf Außen ist Platz Weil die wieder so schnell sind, Alter Nichts los, Digga Ja Volles Risiko Oh Hahaha Ja Hallo, ich brauche einen Spieler, Jungs Das ist doch nicht dein Ernst Raphael Leao Ah, das ist doch Hade Es ist halt, wenn du einen so einen Überspieler hast Naja, ich erinnere mich Ja Pass kommt nicht an Nimm die Brutz jetzt da weg Kannst du laufen? Ja, das hab ich Berochen Ja Ah, geh doch weg Jetzt angezeigt abseits Ah Erscherlich Erscherlich Schlimm ist, das Spiel ist trotzdem nicht wirklich gut Was passiert hier? Nicht denn, du? Ich wäre einfach Nicht abgepfiffen nach diesem Foul Gibt erstmal Vorteil Was? Was für ein Pfund Ball geht knapp neben Stor So ist er gar nicht War er gar nicht Ne Neu Minuten sind hier noch zu spielen Klasse gespielt Ähm Da ist er da Ich dachte gerade, was ist zum Hänker passiert hier Was ist basiert, Leute? Samuel Ja Den Hab ich hier weggelutscht Ja Die Flange war aber auch Mäßig gut Ja Naja Ich Alter Die richtig gute Ich weiß ja nicht Alter Sie können diesen Angriff Nicht in etwas zählbares Ummünzen Die Chance jetzt Ja, willst du das jetzt nochmal wissen, oder was? Das muss ein Elfmeter sein Ja, was? Der ist doch gesprungen Vor allem war das vor dem Strafraum Warte Das ist doch kein Elber Wo denn? Das ist doch vor dem Strafraum, Junge Rolf gibt viele Schiris Die greifen da zur gelben Wenn nicht sogar mehr Buschi, Alter Was willst du denn schon wieder? Wenn nicht sogar mehr Na ja Jetzt können sie den Deckel drauf machen Sie verwartet diesen Elber Rotzi Potzi Da 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 Momentan Paul Mann, Paul, Junge Du bist doch abseits Wann man sieht nichts Schwer gewartet, ob ich wirklich in den Ballbesitz komme Ich habe ja gehofft, wenn ich bisher warte, dass ich dann Der Vorteil erledigt habe Ja, freit mal lieber Acht Leao Ja, schön Also Applaus, Applaus Die Raphael Leao-Show Jetzt bei Phil Patrick auf dem Kanal Genau Leute, vielen Dank für's zugucken Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao